Hallo liebe Zuschauer, heute mal aus dem Bereich Neue Medien, denn wir haben was zu zeigen, wir haben Familienzuwachs. Und zwar Alexa. Und sie wird sich auch gleich mal selber vorstellen. Hallo, ich bin Alexa und ich sage Ihnen, wie Sie im Verkehrsverbund mit Bus und Bahn fahren können. So, dann probieren wir es gleich mal aus. Alexa, Frage VVO nach einer Verbindung von S-Bahnhof Bischofsplatz nach Universitätsklinikum. Deine Verbindung von S-Bahnhof Bischofsplatz nach Universitätsklinikum beginnt um 12.11 Uhr und dauert 24 Minuten. Du musst einmal umsteigen und erreichst dein Ziel um 12.35 Uhr. Und den Skill, so heißt das Ganze, findet ihr auf der Amazon-Seite unter VVO oder Verkehrsverbund Overelbe. Viel Spaß damit! Alles klar, bis zum nächsten Mal.